So, da links war noch ein geheimer Weg, nicht zu vergessen sedelbar, nicht zu vergessen fackeln, ich bin schon sehr schleißig geworden was das Durchsuchen angeht, einfach aufgrund dessen, dass in den meisten Dingen einfach nur totale Käse drin ist, Gold, Sarg mit rollendem R. Habe ich da rausgenommen? Ja. Ich habe mir gerade nicht sicher, ob ich die richtige Taste gedrückt habe. Passt, überall doppelt rein schauen. Passt. Nein, das wollte ich nicht. Ich drücke manche Tasten einfach schon so automatisch, das ist eigentlich gruselig. Wie ging das nochmal? Das typische. Ah, linke Maustaste, nicht rechte. Now I know it. Das heißt, da hinten war da noch was. Da habe ich mir schon mal vorhin nur eingebildet, dass da noch ein anderer Gegner war. Oder es war tatsächlich noch ein anderer Gegner, nur das ist keiner von denen, die wir töten müssen. Ist natürlich auch eine Option. Aber das scheint tatsächlich leer zu sein. Gold, Dietrich, Skeleton Key. Nennt man die auch auf Englisch. Frag Leo. Ich wollte es zuerst doch nicht glauben, aber es ist wahr. Also der hat genug Pfeile. Fackelpfeil. Der ist gut. Wobei, Licht für 10 Fuß, wenn der Gegner nah an einem dran ist, dann macht man sich als selbst sichtbar. Das ist auch irgendwie blöd. Ja, Schadenausdauer. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bringt, wenn man die ausdorfen in einem Gegner abzieht. Weil irgendwie greifen die trotzdem an. Feuerschaden, 5 Punkte anzieht, ist sehr nützlich. Feuerschaden, 10 Punkte an. Schlag auch. Auch wenn ich nicht weiß, wenn man mit einem Pfeil schlagen soll. Perfekt. Dann geht's wieder outside. Outside to the forest. Da kein Forest ist, weil ein hässliches Oblivion Tor im Weg steht. Aber ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Hoffe ich. Nein, ich weiß. Ich weiß es. Aber nett, dass wir trotzdem schnell reisen können. Servus. Servus. Ich danke euch, Sterblicher. Ihre Seelen sind nun frei. Und von nun an sollen über meinem Schrein für immer 5 helle Kerzen drinnen. Wir denken an ihr Opfer. Zum Dank für eure Dienst nehmt dieses Zeichen, auf das eure Tat in das Buch des Schicksals aufgenommen werde. Asura dankte mir. Ja, ja. Asuras Stern. Wir haben ein dedisches Artefakt, das Martin für das Öffnungsritual des Portals zur Kameradens Paradies benötigt. Aber ehrlich gesagt möchte ich den Stern behalten. Weil es ist ein Seelenstein, der nie kaputt geht. Und das ist äußerst nützlich. Genau. Das heißt, haben wir schon einen anderen Schrein gefunden. Spielt mir ein. Wäre Minas Schrein haben wir. Da könnten wir noch hin. Nur weiß ich da nicht, was wir bekommen, ob ich das nicht doch behalten will. Äh, sonst? Nö. Leider nix. Das heißt, wir werden jetzt als nächstes tatsächlich zu Minas Schrein gehen. Ich bin mir sicher, da haben wir uns schon mal umgeschaut. Da ich es ja bereits gefunden habe und markiert habe auf der Karte. Oder wir haben es durch Zufall gefunden. Das kann es auch sein. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran. Servus. Du bist der Wichtige. Wer seid ihr, der ihr das Haus des Schattens zu betreten wagt? Was wollt ihr von Fürst Vermina? Das ist ein Mann, oder was? Hier huldigen wir Vermina, beten darum, dass sie uns wahre Visionen gibt. Was wollt ihr hier? Warum hast du denn vorher Fürst statt Fürsting gesagt? Du hast sie gerade indirekt verarschen, mein Freund. Wenn ihr mit Vermina sprechen wollt, müsst ihr dem Daedra-Fürsten einen schönen, großen, schwarzen Seelenstein anbieten. Ja, die Frage ist, wo kriege ich einen her? Wir beobachten und warten. Geheime Universität wäre wahrscheinlich ein heißer Tipp. Ansonsten, hm, wie gesagt, diesen Seelenstein möchte ich nicht hergeben. Wir könnten uns auch theoretisch jetzt erst einmal wieder auf die Nebenmissionen konzentrieren und vielleicht finden wir da ja zufällig einen schwarzen Seelenstein. Okay, dann werden wir wahrscheinlich jetzt bestenfalls wieder zurück nach Quatsch gehen. Wir werden uns aber davor schlafen legen, damit wir Level aufsteigen können. Ist, glaube ich, auch ein heißer Tipp. Heute habe ich viele heiße Tipps parat. Das ist sehr schön. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Stärke, Schnelligkeit. Oh, noch etwas. Waren das immer drei? Perfekt. Freut mich, dass wir jetzt schon so schnell sind. Ach so, wir können uns ja teleportieren. Das geht schneller. Ein heißer Tipp. Habe ich dir schon gesagt? Heißer Tipp? Ich glaube nicht. Mehr Randil. Der ist tot. Wahrscheinlich sind wir noch in der Kapelle. Guten Tag. Wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktionieren würde. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Oh ja, wir sind noch nicht fertig. Nicht einmal fast. Das war erst der erste Schritt. Wenn diese Stadt jemals wieder uns gehören soll, dann müssen wir in die Burg kommen. Ich lasse es dich wissen. Seid ihr bereit? Wir brauchen eure Hilfe, um in die Burg zu gelangen. Aber wir müssen uns beeilen. Ja, lass uns gehen. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Unser Ziel ist das Burgtor. Durch dieses Tor müssten wir auf den Platz vor dem Pförtnerhaus gelangen können. Nun, ihr wisst, was zu tun ist. Bleibt in der Nähe und haltet die Augen offen. Los geht's. Aktualisiert. Die Schlacht um Schloss Quatsch. Ich finde es ja persönlich sehr sinnvoll, ein total zerstörtes Schloss zu retten. Aber ich meine, ich bin ja nun ein einziger Charakter hier. Und zwar der Hauptcharakter, aber... Oh, Schwierigkeitsgrad. Fällt mir gerade ein. Machen wir mal so. Bisschen leichter als vorhin. Ich muss es ja auf meinen Kacken-Görnern enthält. Eigentlich peinlich dafür, dass ich das früher so gern gespielt habe. Aber das ist halt auch schon eine Zeit lang her. Irgendwann 2006 oder Anfang 2007 war das. Vorhin ich da so gesuchtet habe. Savlion, du könntest mir ein bisschen mehr helfen. Das wäre nämlich sehr nett von dir. Deidrotzahn. Clan für Clown. Deidrotzahn. Wir haben nirgends eine Seele drin. Nehmen wir einfach das Akaviri-Katana. Das ist von Natur aus nicht magisch. Und da fühlt man sich einfach am schlecht... Am wenigsten schlecht, nicht am schlechtesten. Das wäre nämlich das krasse Gegenteil. Weil... Kommst du mit? Hallo? Kollege? Suizidbomber. Ach so. Hier geht's auch weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Satz beendet habe. In jedem Fall fühlt man sich am wenigsten schlecht, wenn man eine Waffe verwendet, die gar nicht verzaubert ist. Anstatt eine Waffe zu verwenden, die verzaubert ist und nur leer ist. Dann fühle ich mich immer so schlecht, weil ich zu faul bin, beziehungsweise einfach immer darauf vergesse, die wieder aufladen zu gehen. Hallo? Die Frage ist nur echt, wie kommen wir da rein? Ach so, wir haben eine Markierung, oder ist das eher... Das ist sicher eher. Oder auch nicht. Doch. Verdammt nochmal, das ist nicht gut. Das Tor ist versperrt. Es kann nur vom Pförtnerhaus ausgeöffnet werden. Kannst du das nicht etwas früher sagen? Wir können das Tor von dieser Seite aus nicht öffnen. Die einzige Möglichkeit, es zu öffnen, befindet sich im Pförtnerhaus. Und der einzige Weg ins Pförtnerhaus führt jetzt durch den Gang beim nördlichen Wachhaus. Der ist aber immer verschlossen. Ihr müsst Berich Injan so schnell wie möglich finden. Er müsste wieder in der Kapelle sein und den Schlüssel zum Wachhaus noch bei sich haben. Wenn ihr ihn gefunden habt, begebt euch zum Wachhaus. Findet den Gang und öffnet das Tor. Dann können wir in die Burg gelangen und sie verteidigen. War es jetzt Wachhaus oder Turm? Wir warten nur auf den Befehl von Hauptmann Marzius. Endlich eine Gelegenheit zurückzuschlagen. Den Befehl kriegst du jetzt? Ja, ich habe ihn. Warum? Keine Zeit für Klärungen. Hm. Nur weil ihr der Wache einen kleinen Gefallen getan habt, seid ihr plötzlich Marzius' bester Freund? Ihr werdet es wahrscheinlich nicht alleine finden. Ich komme mit euch. Falls wir es schaffen, öffne ich die Tür für euch. Brav. Ich habe noch Kampfesmut in mir. Wir sahen auf unserer Patrouille den Rauch von der Goldstraße. Wie können wir helfen? Folge mir. Wir sind direkt hinter euch. Das nennt man noch Arbeitsmoral. Ach so. Das ist nicht hier bei dem Ausgang. Hallo? Kommst du mit? Verpack dich nicht, Wache. Komm. Nerv mich nicht. Komm einfach mit. Geht voran. Ja, dann geh mir auch nach. Danke. Ach so, wir müssen ihm folgen. Okay. In der Kruft sind jetzt auch schon Dedra. Wir haben auch keinen Respekt vor den Toten. Diese niederen Kreaturen. Könntest du bitte aufhören, mich zu verpacken? Hallo? Was war denn das, bitte? Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und er hat immer angegriffen. Vielen Dank, Kollegen. Perfekt. Ich hoffe, der Rename in der Zwischenzeit nicht weg. Aber das wird wohl nicht passieren. Warte, habe ich jetzt auch gleich mehr von den Soldaten. Hallo? Eis-Atronach. Oder Frost-Atronach. Ach, geh. Ich wollte dich von hinten kehren. Ich wärme mich gerade erst auf, du Erwärmest. Hey! Stirb. Stirb. Berich, Inyan ist tot. Wir müssen den Schlüssel für das Haus der Wache von seiner Leiche entnehmen und selbst weitermachen. Tja, äußerst tragisch. Ich glaube, ich helfe denen jetzt einfach. Geht lieber auf mich los und nicht auf den Bogen schützen, weil der ist auf die Entfernung besser. Brav. Danke, dass ihr mir dein Rat befolgt. Persönlich äußerst liefenswert. Klauen. Wir klauen ihm die Klauen. Ohoho. Ich find das so witzig, das ist unglaublich. Flamme, Atronach. Atronach, Atronach. Whatever. Den Schlüssel, Gold. Plan 4. Fakkel ist unnötig. Und jetzt frage ich mich nur, wo... Oh, da oben. Wahrscheinlich wären da noch 50.000 Gegner gekommen. Also er wäre so oder so gestorben. Nur halt ein bisschen später. Unsere Wache lebt noch, das ist schön. Hilf uns bitte auf Distanz. Bitte bleiben im Fernkampf, Wache. Vielleicht schaffen wir es diesmal, dass er überlebt. Das war zwar gerade überhaupt kein Absicht, dass ich sterbe. Aber irgendwie bin ich auch gerade gar nicht so unfroh, weil ich irgendwie hoffe, dass ich ihn doch überleben lassen kann. Indem ich einfach die ganzen Viecher von ihm fernhalte. Oder von den Wachen. Oder von beiden. Also wir sind jetzt von allen Vieren. Beide bezeichnet es nur, wenn es zwei Leute sind. Versteht ihr? Das wäre falsch. Ich glaube, der Flamenatronach macht mehr Schaden als ein kleines Vier, deshalb mache ich den Flers fertig. Ich bin auf eurer Seite. Ach, habe ich dich jetzt aus Versehen geschlagen? Das ist ja natürlich auch blöd. Aber mich würde einfach der Dialog interessieren, der dann höchstwahrscheinlich zwischen ihm und dem Hauptmann sein würde, sein wird, wenn er überlebt. Warten können wir nicht, aber speichern. Das letzte Mal in der ausgeplünderten Miete.